herzlich willkommen zurück zu meinem unserem let's play seven days to die the survival or the crafting game von den fun pims was wollt man machen? holzhacken? wie sieht es im inventar aus? aufgeräumt schön hat man ja letzter folge alles noch gemacht 100 pfeiler hat man noch gebaut genau kann ich noch irgendeine nachkampfwaffe bauen? eisen verstärkter knüppel? ist es der den ich in der hand hab? eisen verstärkter knüppel? der ist doch aber der macht ja gar nichts! gespickter knüppel was ist dann? ich will kurz sagen ja wer sagt kümmern wir gar nicht woher denn? wieso denn nun? wieso denn nun? ja das ist was anderes dann gib mal her das haben wir denn noch? ne hier nicht doch ne haben wir wirklich alles schon hier haben wir ja auch schon siehst du und hier auch und schon vorgearbeitet fein machen wir dazu da ist noch was drin du bist noch? ne du hast komplett durch hier ist auch leer super du hast aber nicht mehr viel damit können wir dann bei dir den lehm wieder reinpacken oder das glas nein wir nehmen den lehm und so lange warte ich nicht zulegen dann muss das genau wir gehen hier raus wir fangen hier ein jetzt machen wir noch hier die bäume weg dann kannst du parallel auch noch was bauen hat stahl 45 genau bauen wir die 24 da haben wir uns eigentlich schon so einen Klauenhammer gebaut, so eine Reparatur Klauenhammer? äh genau hm wär ich auch mal rein ich hilf mal her hier dann kannst du gleich wieder hinsetzen so Axt in die Hand und links geht's hack mal rum hier und tack und tack und tack und tack kund wa ja, hier sollte ich vielleicht keiner mehr 1 pflanzen mmmhmmm nein sollte ich wirklich nicht die sollte ich nur wegreißen geht schon eine weile dann nehmen wir das auch noch runter brauchst du noch ja du brauchst noch fünf minuten genau was braucht man denn noch wichtiges zum türmchen zum rumlaufen ja die frames mit frame zeichnet natürlich nicht oder was holzrauben so spät so viele nicht aber erinnern du darfst auch mal bauen ach das geht auch mit den hier oben das kann genauso gut sein hier ist der abstand auch zu klein hier baue ich dann keine oder brauche ich keine sorgen an sozusagen hier will ich keine bäume mehr pflanzen so heißt hier kommen spikes in stracheln habe ich schon auf deutsch gestellt und nutze es nicht holz starren spitzer stamm angeschwitzter stamm deine fertigkeit sonstiger handwerksmeister hat schon ein bisschen was einschläfern ist oder? kann ich mir gleich eine neue feuerachs bauen ja auch hier fünf bäume mehr und die wär wirklich schrott naja und hier ist auch schon wieder mehr iskloch iskloch Eis an der feuerachst naja dann bauen wir mal da hast du schon mal genug zu tun langweilig wird hier nicht wie sieht's aus klaus wir müssten auch mir ist nass unten ich bin nass ich musste die auch noch schnell sitzen ja jetzt kloppen wir weiter drauf rum jetzt nehmen wir mal keine Rücksicht mit nur 18 ja dann brauchst du wieder wesentlich länger und dann ist die Axt auch noch fast kaputt jetzt fall mal den baum um na springen kannst du auch nicht mehr ich will die Bäume noch setzen jetzt los ein paar Meter sprinten los lauf lauf oschi oschi lauf lauf hier sind wir ja schon rum ja du schaffst es du schaffst es nicht jetzt sehe ich wirklich nichts mehr flotter klik klak 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 ich wollte doch noch ein paar bürbchen setzen Schreibt mich doch nicht so. Nein. Kannst du noch nicht machen mit mir. Klar, hab ich. Hat auch Spaß gemacht. Glaube ich aufs Wort. Oh, schon fertig. Zurück. Energie haben wir auch. Gibt es hier noch einen? Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Alles Eisen und Stein. Stein brauchen wir noch für einen Beton. Beton. Oh, das ist aber noch. Brauchen wir erstmal einen Betonmischer. Da brauchen wir noch eine Werkbank. Steht doch alles beim Händler. Ja, will ich selber auch. Wenn ich hier aber auch nicht dorthin laufen müssen. Ist mir soweit. Apropos weiter. Ich wollte doch noch irgendwo erkunden gehen. Da waren wir, ne? Was ist denn das? Ach, das war der andere Friedhof. Den habe ich ja auch noch nicht weiter erkundet. Ja, hm, hm, hm. Wegen Friedhof und so. Hier unten war nämlich auch noch einer. Da wollte ich ja noch hin. Da steht ja draußen und Quatsch und zwar dunkel. Na, sehe ich doch wieder nichts an mir zu basteln. Ach. Klamo-Hämmer. Hast du schon gebaut? Wie sieht's hier drin aus? Göttem. Kannst du gleich mal ausschalten. Macht zu. Tada. Das Feuer wärmt dich. Schön. Klamo-Hämmer. Fertigen. Öffne. Das kann ja da. Zerlegen. Bis dahin nutzen wir das. Dahin. Das. Dann dahin. Nehmen wir die Axt. Den nutze ich nicht. Davon haben wir ein bisschen was. Und davon haben wir ein bisschen was. Das machen wir erst später. Das bringen wir raus. Und zwar hier hin. Äh. Da oben rein bin ich nicht mit raus. Wir gehen jetzt raus. Wir sind mal mutig. Und bauen hier weiter. Hier wollte ich abwechselnd bauen. Oder baue ich hier? Hier wollte ich doch gerade raus bauen. Damit ich weiß, wie werde ich dann kommen. Ja, das ist schon sinnvoll. Eins. Zwei. Drei breit. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Vier. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Eins. Jetzt nicht durch die Spikes rennen. Auch wenn es schwer fällt. Äh. Jetzt müsste ich auch mal langsam. Zwei. 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 Ich möchte. Ich möchte. Ich will, ich will, ich will. Ich möchte. Zwei. Genau. Drei. Und vier. Hier hin. So, dass ich auf den springen kann. Und genau so. Und es ist nicht hoch genug. Schock. Bis du jetzt. So. 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 Ich hätte mir eine Kerze mitnehmen sollen. Hab ich ja hier. Ja, sie ist da. Kann ich mal kurz gucken. Passt. So. Dann machen wir das hier rundherum. Und hängen wir hier schon mal eine Kerze dran. Es wird Licht. Dann hängen wir hier noch. Nein. Das sieht scheiße aus. Dann hängen wir hier noch eine Kerze dran. Und schon haben wir hier Licht. Und dann können wir da und da und da. Ach komm. Hier machst du gleich zu. Eins, zwei, drei, vier. Denn da dran kann ich nur noch eine Reihe setzen. Und so wie ich mich kenne, klonkt die zweite Reihen. Und dann schon fällt alles runter. Deswegen habe ich den jetzt hier hingesetzt. Den Stempel sozusagen. Den Pfosten. Und jetzt von hier aus. Schön hier zumachen kann. Nicht hübsch, aber praktisch. Denn wir können dann oben langlaufen. Lässt du? Innen rein, oben vor. Falls hier draußen irgendwo was rumspringen sollte. Und den können wir dann auch noch richtig schön mal da rausziehen. So. Und warum ich das jetzt hier so abgemessen habe, ist ganz einfach. Eins, zwei, drei, vier. Hier kommen noch die Spikes hin. Ich möchte sozusagen genauso wie es hier ist, immer zwei Reihen haben. Dass ich die dann hier als Bewirtschaftungsgang, nicht? Als Reparaturgang. Dass ich immer zwei Reihen reparieren kann. Und hier einen durch. Ja, normalerweise brauche ich einen Zweierdurchgang. Aber das lässt sich blöd machen. Da muss ich zwei Türen einbauen. Damit es einigermaßen hübsch aussieht. Verstehst du? Und dann soll ich nämlich hier abwechselnd Spikes und pack mal da hin. Und wo du auch Spikes? Das wird sehr teuer. Aber wo wird so jetzt? Das heißt, hier kommt noch mal so einer hin. Und dann kommt hier so einer hin. Ein im Sinn und nee, erstmal bitte abgräben. Bevor ich hier vergehen setze. Kerzen. Nicht vergehen, Kerzen. Schwachgab. Machen wir hier weg. Genau. Dann sieht das immer noch mal nichts aus. Aber schon etwas besser. Ein bisschen viel hier mit den Kerzen. Aber so sehen wir noch ein bisschen was. Hier oben hin bitte. Und hier hin. Da bin ich mal gespannt, wie das tagsüber aussieht. Au, au, au. Püße, püße. Das wäre dann eins, zwei, und so hoch noch. Pack mal den da hin. Und dann gräben wir die noch ab. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da könntest du schon eine Kerze drauf packen. Nein. Drauf. Ja. Jetzt. Und mit dem gucken wir uns an. Eins, zwei, drei. Da hast du richtig gebaut. Hier ein hin. Da ein hin. Ein im Sinn. Töck. Da. Eins, zwei. Eins, zwei. Da hin. Da hin. Und da hin. Und da hin. Deine Kerze kannst du auch immer wieder dran bauen, ne? Irgendwie könnte ich hier überall Kerzen und so. Ich glaube, die Tür war sinnloser. Hier raus und gleich. Ah, bin die Spikes. Ja. Ich habe ja auch keinen Durchgang gelassen, ne? Ach. Wahrscheinlich rauskommen möchte ich ja auch irgendwie. Aber zu viele Durchgänge kann ich auch nicht machen. Da kommen ja nicht nur ich rein und raus, sondern andere auch. Da einsetzt mal jetzt hier. Da ein hin, da ein hin, da ein hin und hier ein hin. Hier drauf machen wir dann die Kerzen. Nein, die sitzen noch nicht im Mittal upgraden. Aber hier könntest du schon mal mindestens eine Kerze drauf packen. Und wieso ist die schon wieder da hinten und nicht hier oben drauf? Da es dann genauso ist. Was? Ihr ärgert mich mit Absicht erfolgreich. Nein, das will ich nicht. Ich will... Zeig hier. Eins, zwei, drei bis hierher. Da kommst du dorthin, du dorthin. Na ja, erst mal upgraden. Kerze drauf. Kann ich hier vorne drücken? Ne, oben drauf ist besser. Da machst du mehr Licht. Lasse ich hier frei. Zwei. Und fange hier wieder mit dem an. Damit ich nicht doch durch Zufälle mal irgendwo durch die Spikes anlässe. Und mache hier gleich nochmal ein Licht drauf. Ja, das sieht doch schon aus. Kannst du den gleich mal hier hinpacken. Und nein, den nicht da hin. Aber das ist alles schon fertig. Das ist schön. Davon haben wir 83. Davon 53. Das heißt... Wo waren die? Hier waren sie. Holzstacheln. Die sind so schweine teuer. Aber baumau. Baumau. Wir können es gebrauchen. Und den Stein möchte ich ja auch noch weg machen in der Nacht. Ja. Hake erst mal das Gras fort. Aber das können wir ja dann abwechselnd machen sozusagen. Jetzt habe ich denn eigentlich einen Dehnhut. Den zeigt er nicht, weil ich... Ach, den Kapuzenpulli drüber habe. Und jetzt ist ja... Ne, jetzt ist er nicht kalt. Jetzt ist er wo. Das ist gut. Auf jeden Fall besser als zu kalt oder zu warm. Wir können ja hier mal ein bisschen Energie runterklopfen. Und dann bauen. Dann wieder Energie runterklopfen. Und dann bauen. Ich könnte ja auch eine Kerze drunter stellen, damit wir es nehmen. Könnte ich hier später wieder aufsammeln. Machen wir mal. Hier, ein paar Kerzen drumherum. Na, sitzt du jetzt endlich. Genau. Und wenn der Stein zusammenklatscht, sind die Kerzen kaputt. Naja, wir haben ja 40. So war jetzt nicht ganz so eng sehen, nicht? Bergbauwerkzeug. Bergbauwerkzeug Level 19. Das ist schön. Da können wir mit Level 20. Haben wir denn genug Skippen? Ja. Vor 25. Da können wir gleich einen Skipppunkt reinsetzen. Dann machen wir wesentlich mehr Damage und kriegen mehr Zeugsraus. 20%. Und verbrauchen weniger Energie. Was ja nicht zu verachten ist. Ach, und aus dem Augenwinkel sehe ich, wir sind ja schon wieder über die Zeit. Oh, diesmal gehe ich rein. In der Nacht hier draußen rumstehen. Ist nicht schön. Ich bedanke mich für eure Geduld. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, bitte abonnieren. Ansonsten sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder zu meinem, unserem Let's Play 7 Days to Die. Das ist weil wir über den Crafting Game. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Tschüssi. Gowski.